Die Krise beim Tierschutzverein Hamburg in der Süderstraße spitzt sich zu. Das vergangene Geschäftsjahr hat ein Defizit von mehr als eine Million Euro produziert. Und das, wo es doch schon so viele Probleme gibt. Viele Gebäude in der Süderstraße müssen dringend saniert werden. Die Kosten für die Versorgung der Tiere und die Personalkosten sind deutlich gestiegen. Mittlerweile ist das Tierheimgelände für die Vereinsaufgaben auch zu klein. Jetzt wird gemeinsam mit der Stadt nach Lösungen gesucht. Wir fragen direkt nach bei Janett Bernhard, erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Hamburg. Guten Abend. Hallo, guten Abend. Man muss es noch mal kurz sagen. Die Stadt beauftragt Sie ja, sich um das Tierwohl und die Tiere in Hamburg zu kümmern. Dafür kriegen Sie ein Budget. Das war offensichtlich bisher zu klein. Jetzt verhandeln Sie eben über neues Geld. Wie läuft es da? Ja, es ist halt einfach so, dass jahrelang eben mit der Stadt nicht verhandelt worden ist. Und das fällt uns jetzt natürlich auf die Füße, weil die Kosten sind einfach überall gestiegen. Und während wir vor ein paar Jahren noch mit zwei Millionen, die wir für die Aufgaben der Stadt, das heißt die Unterbringung von Fund- und beschlagnahmten Tieren, bekommen, das reicht nicht mehr. Wir sind mittlerweile bei einem Budget, wo wir zwischen drei und vier Millionen brauchen. Und das muss natürlich neu verhandelt werden. Und sind Sie zuversichtlich, dass das gut ausgeht für Sie? Ja, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Die Stadt weiß natürlich, dass sie das Tierheim auch braucht. Die Tiere müssen ja irgendwo untergebracht werden. Und es gibt auch einfach gar keine andere Möglichkeit, die Tiere unterzubringen. Und auch von uns aus ist es ja gewollt, dass wir die Aufgaben weitermachen. Und insofern sind wir da guter Hoffnung, dass sich das dieses Jahr auf jeden Fall noch klären wird. Immer mehr Tiere, Kostensteigerungen, sowas ist nicht wirklich planbar. Aber der Zustand Ihrer Gebäude, das ist schon eigentlich ein altes Thema. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass da noch nicht vorher jemand eingegriffen hat? Ja, das ist eine gute Frage, die wir uns selber stellen. Also ich habe ja selber von 2000 bis 2019 im Tierheim gearbeitet als Tierpflegerin. Und wie ich im Jahr 2000 angefangen habe, da war das zum Beispiel das alte Katzenhaus, was jetzt ja komplett geräumt ist und saniert werden muss. Das war damals schon in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Genauso auch wie das Hundehaus und genauso auch wie die Risse in der Hundesozialstation. Warum da 20 Jahre lang sich keiner herangetraut hat, wissen wir nicht. Es ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe, das ist klar. Und es ist eine sehr, sehr teure Aufgabe. Aber es ist jetzt natürlich zum jetzigen Zeitpunkt, Sie wissen, wie die Kosten explodiert sind. Wir haben eine Inflation. Wir haben Fachkräftemangel, nicht nur bei uns im Tierheim, sondern auch in den Baubranchen ist überall ein Fachkräftemangel. Das heißt, es wird alles noch umso teurer und umso schwieriger. Gerne mit der Bitte um eine kurze Antwort. Haben Sie Chancen auf einen ganz neuen Standort in Hamburg? Wir suchen händeringend. Entweder, dass ein zweites Grundstück gefunden wird, dass man einen Teil des Tierheims aussourcen kann. Oder eben ein komplett neues, großes Grundstück, wo man halt ein komplett neues Tierheim erbauen kann. Alles Gute für Ihre Arbeit und für das Tierheim. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke für das Gespräch. Danke auch.